Willkommen zurück zu einem neuen Part von die Reise ins All. Wir befinden uns hier in der Festung der Marsherren und in der letzten Folge standen wir hier vor diesem Rätsel. Wenn die Anzahl meiner Lebensjahre um zwei Dutzend Umläufe kleiner wäre als ihre doppelte Anzahl, dann wäre ich so alt wie mein Vater. Wie alt bin ich? Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und am Ende musste ich doch in die Lösung gucken, weil ich einfach nicht drauf kam. Und zwar, dass ein Dutzend zwölf sind, haben wir schon in der letzten Folge herausgefunden. Wenn man das mal zwei nimmt, weil es sind ja zwei Dutzend, hat man 24. Wenn man dann den Marsianischen Kalender berücksichtigt, muss man das Ganze mal 100 nehmen. Dann haben wir 2400. Das Ganze dann nochmal mal zwei, weil wir wollen ja die doppelte Anzahl haben, sind 4800. Und somit hat man das Alter des Vaters. Es wird aber gefragt, wie alt bin ich? Und deshalb wusste ich dann nicht, ja keine Ahnung, durch zwei, durch drei, durch vier, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam nichts raus und man soll tatsächlich die 4800 eingeben, was ja eigentlich das Alter des Vaters ist. Ich verstehe nicht, wieso wir dann doch das Alter des Vaters eingeben müssen und nicht das eigene. Vielleicht kann mir das einer erklären, denn für mich ergibt das keinen Sinn. Jedenfalls ist die Lösung dann 4800. Tretet ein, Meister. Also das stimmt. Gucken wir einfach mal, was uns da drin erwartet. 100 Erfahrungspunkte haben wir auch mitgenommen. Speichern wir diesen wunderbaren Erfolg vielleicht einmal. Und dann gucken wir, was uns da erwartet. Oh, Tentakler. Die mache ich wie üblich erstmal offscreen alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Gegner habe ich dann auch besiegt. Und dann können wir einmal weiter. Das klare Wasser entfaltet eine ganz ungewöhnlich heilsame Wirkung. Oh, das ist natürlich klasse. Dann hätte ich gar nicht zurück ins Hotel gemusst, das eine Mal. Ach, so ein paar Pflanzen verleihen dem Raum doch gleich viel mehr Leben. Absolut. Das ist wieder das Herrschaftszeichen. Dann speichere ich das doch mal. So. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Denn wenn wir hier geheilt werden, kann uns ja gar nicht so viel Gutes erwarten. Seht nur, wie sich die Sonne darin spiegelt. Der gelbe Kristall ist mitgenommen. Ja, und wohin geht es jetzt? Die Kristalle haben wir jetzt alle eingesammelt. Gab es irgendeinen Raum, in den wir noch nicht rein konnten? Ach doch, klar. Moment, ich glaube hier unten, ne? Vielleicht nicht hier unten, sondern eher da oben. Aber wir müssen jetzt gleich ein Stück runter gehen. Mal gucken. Ich glaube, wenn wir jetzt hier einmal außen rum laufen, dann haben wir doch da dieses Schloss, wo man die Kristalle einsetzt, oder? Oder irgendwie sowas. Das Feuer der Sonne erhält den Himmel. Schnell, die Kristalle her! Wir haben einen blauen, einen roten und einen gelben. Genau. Welcher Kristall soll zuerst ins Schloss? Der gelbe. Und nun? Äh. Keine Ahnung. Rot. Der gelbe somit an letzter Stelle? Das kommt nicht hin. Den gelben habe ich schon eingesetzt. Naja. Versuchen wir es nochmal. Also, das Feuer der Sonne erhält den Himmel. Okay. Wir haben also rot, gelb, blau. Okay. Rot. Gelb. Der blaue wird somit an letzter Stelle. Alles klar. Ich hätte mir das vielleicht genauer durchlesen sollen. Tür geöffnet! Und 100 Erfahrungspunkte. Dann hinein! Falls sich der Provinzherr tatsächlich in der Feste verbirgt, bleibt ihm nur noch dieser Ort. Das stimmt wohl. Und das heißt, wir sollten speichern. Mal schauen. Seht nur! Kenne den Umhang! Kenne den Rücken! Kenne den Kerl! Das Phantom! Willkommen, verehrte Feinde! Ich hatte das Vergnügen, sie zu beobachten und fragte mich, wann sie es dann endlich durch diese Tür schafften. Halten sie das etwa für ein Spiel? Ein Spiel? Oh, keineswegs. Gestatten sie mir, ihnen zu zeigen, mit welchem blutigen Ernst ich bei der Sache bin. Was macht er? Aha. Das sieht jetzt aber nicht so schlimm aus. Grundgütiger! Was für eine metallene Monstrosität ist das? Aber ich mag die Musik, ist echt super. Faszinierend, nicht? Die Marsherren sind wahre Meister im Ersinnentöhnlicher Instrumente. Oh, fragen sie mich bloß nicht nach Details. Ich bin zu musisch veranlagt, um mich für technische Einzelheiten interessieren zu können. Ich drücke einfach die Hebel, um Pein zu bereiten. Sie garstiger Unhold! Wie konnten sie nur so tief sinken, sich an die Tentakler zu verkaufen? Was war ich denn in ihrer ach so hehren Welt, gnädigste? Eine Kreatur der Schatten. Ich hauste im Dreck zwischen Lumpen und Getier. Und wenn ich es nur wagte, meine Hand nach dem Licht zu strecken, wurde ich gejagt. Er war ein hinterhaltiger Führerkerl! Details, Details! Mittlerweile habe ich einen Gipfel erklommen, der mich weit über meine armselige Vergangenheit erhebt. Ich bin Herr dieser Provinz. Wie schändlich und infam! Wie konnten sie sich nur gegen ihre Mitmenschen stellen, sie garst legen! Sie haben ihre eigenen Leute geknechtet und dahingeschlachtet! Für sie führt kein Weg mehr zurück! Mitmenschen? Weg zurück? Aber guter Professor, haben sie denn immer noch nicht verstanden? Verstanden? Was meinen sie? Glauben sie wirklich, diese Maske war das einzige Geschenk der Herren? Allmächtiger, sie werden doch nicht! Um Himmels Willen! Warum so entsetzt, Teuerste? Ich habe lediglich eine Fratze gegen eine andere eingetauscht. Sie sind einer von ihnen geworden! Schlau, schlau, Herr Professor! Also endlich hinfort mit der Maskerade! Erfahren sie am eigenen Leibe, wie das Neue das Alte besiegt? Schnell! Kerl will zur Gerätschaft! Eine Idee zu spät, verehrte Feinde! Wieso überrascht mich das nicht? Wir dürfen tatsächlich speichern! Ich schneide einmal ganz kurz! So, dann würde ich sagen, wir speichern einmal! Und ich schätze mal, dass der Kampf etwas heftiger wird, denn sonst dürften wir wohl nicht speichern! Armpa rechts, links und noch irgendwas! Ich gebe ihnen eine private Sondervorstellung! Meine berühmte Arie des Schmerzes! Blase ihm gleich den Marsch! Ach, es entwickelt sich zu einem Wettstreit der Musikanten! Doch ich bin es, der den Takt vorgibt! Okay, wir schätzen natürlich erst einmal ein! Was könnte er machen? Er könnte einmal stampfen, dadurch, dass wir zwei verschiedene Arme und ihn noch haben! Äh, sie erhöht den Angriff von Beckwith, denn der hat häufig gute Attacken! Ja, und dadurch, dass er ja jetzt so ein bisschen maßherr geworden ist, könnten wir es einmal mit dem Flammeninferno versuchen! Das Lied des Schmerzes! Und die Arme dürften auch noch selbst etwas anderes anwenden! Das finde ich gar nicht cool! Also der Kennerblick! 2.500 Und die Armpaare haben jeweils nochmal 1.000! Stärken! Hä, Feuer und Donner habe ich ja gut gemacht! Schläge! Schockresistenz! Klar, bei dem Gesicht! Schwäche! Wasser! Überraschungen! Dafür sorgt es lieber selbst! Okay, also, werden wir vor Bonk vorbereiten! Und wir haben ganz viele konfuse Leute! Er bereitet vor! Sie verwendet dann das Kurbad! Äh, ich würde sagen, auf ihn! Und dann gucken wir mal weiter! Och nein, jetzt ist die auch noch konfus! Jetzt weiß ich, warum wir direkt vorher speichern durften! Ich glaube, das wird diese Runde nichts! Naja, macht ja nichts! Man darf auch mal scheitern! Äh, ich würde sagen, er greift normal an, weil ich habe keine Lust, jetzt die Leute alle, äh, wieder aufzuheben und, äh, keine Lust! Finde ich jetzt blöd! So! Und dem geht es schon wieder gar nicht so gut! Und jetzt ist von Beckwiths auch konfus! Ich glaube, diese Runde wird wirklich nicht! Dann warten wir einmal, bis wir jetzt alle sterben! Oh! Eleanor ist wieder normal! Oh, warum drücke ich denn auf Autokampf? Ich wollte auf Fähigkeiten drücken! Naja, vielleicht heilt sie uns ja! Oh, trösten sie, trösten sie sich, Lieutenant! Ich weiß es umso besser! Ich weiß leider nicht, was er gesagt hat, weil ich weggeklickt habe! Tja, jetzt sterben sie nach und nach! Aber da müssen wir jetzt einmal durch! Und das war's! Wir haben verloren! Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Runde und wenn ich es dann nicht auf Anhieb schaffe, machen wir es so, dass, äh, ich dann gegen Ende des Kampfes zuschneide! Oder wenn die irgendwas Witziges sagen! Okay, wir müssen trotzdem einmal einschätzen, denn wir wollen unsere Monsterfibel ja vollständig haben! Das heißt, was könnte er denn machen? Er könnte mal brüllen, vielleicht? Und zwar auf ihn selbst? Keine Ahnung! Ähm, sie wird den Angriff von von Beckwiths erhöhen und er benutzt natürlich dann den Froststurm! Mal gucken, ein elektrisches Feld, das ist neu! Ich glaube, nachdem Eleanor dann jetzt einmal den Angriff erhöht hat, wird sie wie üblich erstmal heilen! Mal sehen! Ja, ein bisschen HP hat er schon verloren, aber leider nicht viel! Und dann crevasiert er! Ja, das ist echt nicht gut, ne? Naja gut, er bereitet auf jeden Fall die Womborg vor! Nächstes Mal könnte ich vielleicht die Womborg vorbereiten und danach einschätzen! Ja, das ist eigentlich keine so schlechte Idee! So, ähm, sie sollte jetzt einmal die große Gruppenheilung, wobei, so schlimm sind die doch gar nicht dran! Dann macht sie doch lieber was anderes und macht Denkfix auf Heisen! Und er bleibt beim Froststurm! Okay, alle ausgewichten, das finde ich sehr gut! Wow! Ich glaube, ab nächster Runde sollte sie wirklich heilen! Okay! Das ist echt nicht gut! Dem geht's wirklich gar nicht gut! Also, äh, vorbereitet ist es ja, das heißt, er kann einmal normal angreifen und er brüllt natürlich weiter! Sie benutzt dann die große Gruppenheilung und er bleibt wohl oder übel hierbei! So, wir können jetzt ab sofort Womborg einsetzen! Und von Mekwitz ist platt! War toll! Hat sich gelohnt! Wow! Eleanor ist verstummt! Hä, das gefällt mir ja gar nicht! So, das bedeutet, er hier, wobei, er könnte einfach weiter normal angreifen! Ähm, sie könnte versuchen, sich selbst zu heilen, auch wenn ich nicht glaube, dass das noch was bringt! Äh, wo haben wir denn hier etwas gegen? Die Statusnachricht? Statusnachricht? Was labere ich denn hier? Um Gottes Willen! Und er versucht es weiter hiermit, aber ich glaube, das wird es mal auch nichts! Nein! Ich mache das jetzt so, dass ich euch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich segen könnte, dazu schalte! Also, bis gleich! Man weiß ja gar nicht, wo man vor lauter Gezappel hinzielen soll! Trösten Sie sich, Lieutenant! Ich weiß es umso besser! Zappalo! Diese Zähigkeit ist einfach unmenschlich! Sie huschen umher, wie lästige Krabbler! Aber ich werde sie zertreten! Daneben! Daneben! Sie zu vernichten, wird mir eine besondere Genugtuung bereiten, Herr Lieutenant! Ich werde nicht dulden, dass Sie mich noch einmal geschlagen erleben! Sie nicht! Ich glaube, dass er schon fast platt ist! Die Arme habe ich beide kaputt bekommen! Ich erzähle Ihnen noch kurz was zur Taktik! Und zwar habe ich zuerst Warburg vorbereitet, dann eingeschätzt, wie ich schon vorhin gesagt hatte! Dann erkläre ich den Rest jetzt gleich dabei! Er hat die ganze Zeit gestampft, einfach weil es mehrere Dinge angreift! Mittlerweile brülle ich ihn nur noch an! Sie hat sehr gut Support gemacht! Das heißt, sie hat Leute wiederbelebt, auferstehen lassen, Ohnmacht beenden! Musste ich schon ein paar Mal anwenden, weil tatsächlich ein paar Leute gestorben sind! Hauptsächlich tatsächlich von Macbeth! Und jetzt gerade diese Runde hat sie zum Beispiel nichts zu tun! Das ist dann wieder etwas, wo sie zum Beispiel den Angriff erhöhen kann! Zum Beispiel von ihm! Und er hat auch solche Dinge gemacht, wie Konfusion und Schlaf hauptsächlich! Äh, das ist Schlaf! Konfusion und Schlaf! Weil tatsächlich konnten auch die Arme einschlafen! Mittlerweile, da nur noch das Phantom da ist, benutzt er Frostdorn! Okay, das hatte er schon mal gesagt! Ja, ich glaube, der hat nicht mehr so lange! Das war es tatsächlich! Da habe ich es ja ganz gut eingeschätzt! Und schaut mal, wie viele Erfahrungspunkte! Wow! Da kann ich verstehen, dass die Level-Ups erhalten! Oha! Was für ein schauerliches Ende! Kerl hatte nichts anderes verdient! Ich glaube, nun haben wir alles getötet, was irgendwie feindähnlich war! Was für eine erfreuliche Nachricht, liebes Wesen! Eigentlich wollte ich einmal laut über die Wahl unserer Mittel! Denke, die Mission ist erfüllt! Hoho, das wohl! Dieser Schlag hat die Tentakler gewiss getroffen! Dann schnell! Eilen wir zu Nautilus zurück und fahren nach Hause! Nach Vulkanien! Ich würde aber mal sagen, wir schauen uns jedoch nochmal um! So ein Hebel vermag die erstaunlichsten Dinge in Bewegung zu versetzen! Eine fabelhafte Erfindung! Oh ja! Eine Karte der gesamten Provinz! An dieser Provinz haben die Tentakler keine Freude mehr! Vorerst Gnädigste! Aber bedenken Sie, ein Schlachterfolg entscheidet in einem Konflikt diesen Ausmaßes noch lange nicht den gesamten Krieg! Das stimmt! Eine erstaunliche Maschine! Maschine mit L, gut! Erstaunlich kaputt! Das stimmt wohl! Was hast du denn mit diesem scheußlichen Ding vor, Schatz? Sehe das als ausgesprochen prächtige Trophäe an! Wir sind hier nicht auf der Jagd! Und du willst dir das doch hoffentlich nicht über den Kamin hängen! Glänzende Idee! Da kommt's hin! Du ehelender Dickkopf! Du nimmst unter den funkenden Blicken Eleanor's die Maske des Verturbs an dich! Sehr schön! Ich schneide einmal ganz kurz und speichere auch! So, weiter geht's! Ich hätte eigentlich speichern sollen, bevor wir die Maske aufheben! Dann hätten wir vielleicht noch eine andere Reaktion von Eleanor gesehen! Aber so geht's natürlich auch! War hier oben noch was? Nee, alles nur Deko! Okay, jetzt müssen wir den ganzen Weg echt zu Fuß gehen! Äh, wie lästig! War da unten noch irgendwas? Nee, da waren wir schon überall! Denn wenn wir jetzt wirklich mit der Nautilus abreisen, dann möchte ich natürlich auch alles gesehen haben! Aber ich glaube, mehr gibt's hier wirklich nicht zu holen! Vielleicht sollten wir vorher noch mal zu Kapitän Bull gehen! Huch! Warum macht die Tür denn so ein lautes Geräusch? Hier unten war ja wirklich nichts mehr, ne? Okay! Dann gucken wir doch einmal in Bakshish! Ja, gibt's Salud, das sowieso! Ach, dann sehen wir wieder das Feuerwerk! Ist klar! Wobei, Kapitän Bull und der eine streiten sich bestimmt immer noch! Ich glaube, deshalb ergibt's auch gar keinen wirklichen Sinn, da hinzugehen! Aber man kann ja nie wissen! Gucken wir einfach, ob sich was getan hat! Und? Nee, hier ist nichts Neues! Ja gut! Dann können wir zurück zur Nautilus! Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, da hinzugehen, aber gehört dazu! Ich glaube, sonst haben wir hier wirklich alles erledigt! Falls nicht, immer gerne darauf hinweisen! Nachholen kann man ja immer noch! So! Mal sehen! Hatten wir mit Kapitän Nemo eigentlich ein besonderes Zeichen verabredet, das ihm sagte, er könnte uns wieder abholen? Juhu! Herr Kapitän! Das wär's jetzt! Hat doch sonst auch immer einfach so geklappt! Na bitte! Bonjour Mademoiselle et Messieurs! Ich habe Sie schon erwartet! Na so ganz pünktlich waren Sie aber nicht, Herr Kapitän! Aber es ist schön, Sie zu sehen! Was ist überhaupt geschehen? Seit einiger Zeit streben sämtliche Flugapparate dem Landesinneren zu! Fast scheint es so, als ob der Feind in elle Aufregung versetzt wurde und sein Augenmerk ganz auf dem Land liegt! Zurecht! Glauben, er ist für einige Zeit damit beschäftigt, die neue Lage zu inspizieren! Es klingt, als wäre sie erfolgreich gewesen! Und ob wir das waren, die Tertagler haben eine komplette Provinz eingebüßt? Trimier! Dann ist Ihre Mission erfüllt oder übererfüllt, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten! Gestatte es! Dennoch möchte ich mein Boot nicht zu lange möglich in Sphären aussetzen! Allez, kommen Sie an Bord! Nur zu gerne, Herr Kapitän! Mir fällt gerade auf, immer wenn es darum geht, ihn zu synchronisieren, bin ich erkältet! Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass er wiederkommt! Das werde ich mir merken! Also, gibt es auch etwas zu essen? Kurz Vulkanien! Volle Fahrt voraus! Okay! Genau, ich wollte mal gucken, ob ich die Knoten erhöhen kann! Nee, kann ich nicht! Warum? Er wird ja noch langsamer! Oder drehe ich in die falsche Richtung? Sieh doch, Schatz! Madagaskar! Hatten wir schon! Weiter! Mal gucken, oder habe ich in die falsche Richtung gedrückt? Hm! Nee, tut sich aber wirklich nichts! Darauf haben wir dann scheinbar wirklich keinen Einfluss! Ich dachte, ich könnte es wirklich etwas schneller hin und her bewegen! Ihr wisst schon! Dem Schaukel nachzuurteilen, nähern wir uns wieder dem Kap! Entschuldigen Sie mich bitte! Okay, das Schaukeln gefällt ihm nicht ganz so gut! Wow, wie schnell wir sind! 23 Knoten! War der Südanlantik auch schon während der Hinfahrt so groß? Hinne machen! Äh... Passios, Monsieur! Genießen Sie die Ruhe und die Friedenfertigkeit der tiefen See! Geben Sie es auf, Kapitän! Dieser Mensch ist ein hoffnungsloser Fall! Aber es dauert auch so lange! Ich bin doch auch so ungeduldig! Also in dem Fall kann ich den Lieutenant echt gut verstehen! Vulkanien! Na endlich! Los raus aus der Tauchdose! Geschwindigkeit drosseln! Langsam beeinfacht in den Kratersee! Solange ich nicht nochmal dieses Animallye-Spiel machen muss, ist alles cool! Wurde auch Zeit! Schare schon wie wild mit den Hufen! Ich kann Ihre Quengelei nur tadeln, Herr Lieutenant! Wir sind mit voller Kraft da in gerast! Gerast? Geschlichen! Monsieur, die Nautilu mag zwar Schneckenähnliches im Namen tragen, aber sie ist das schnellste Boot! Sehen Sie es dem Lieutenant einfach nach, Herr Kapitän! Als Allreisende haben wir uns inzwischen an ganz andere Geschwindigkeiten gewöhnt! Fangen Sie jetzt auch noch an, Herr Professor? Auf mein Boot lässt ich nichts kommen! Es ist und bleibt einzigartig! Sehen Sie doch nur, da kommt das offizielle Begrüßungskomitee! Mensch, der Bequenz ist zurück! Und eine Haltung liegt an den Tag vorbildlich! Das gleiche! Ähm, Exzellenz! Das ist nicht der richtige Bequenz! Immer noch nicht! Nein? Ach, zu dumm! Na dann spannen Sie die Elche an! Ich fahre zurück ins Büro! Aber, Eure Exzellenz! Es ist nichts so wie sonst jeden Tag! Bequenz ist tatsächlich da! Dort steht er doch! Also doch! Haha! Er ist schon ein Schlingel, Bequenz! Aber großartige Tarnung! Ganz großartig! Melde mich von Auftrag zurück! Mission erfolgreich beendet, Herr Präsident! Teufel auch! Na, wer ist es denn nun? Der weniger schuppige Exzellenz! Ja, der! Meckwitz! Tatsächlich! Vulkanien heißt seine tapferen Streiter willkommen! Und wir freuen uns endlich einmal wieder in einen vertrauten Pantoffel schlüpfen zu dürfen! Wollen Sie sich nicht zu früh, Herr Professor! Bei uns hat sich nämlich einiges geändert! Zum fortschrittlichsten! Den Steg werden Sie wohl kaum meinen! Warten Sie nur ab, werte Herr Gelehrter! Warten Sie nur ab! Schatz! Du darfst nicht wieder rühren! Schatz! Oh, ich wusste es! Irgendwann musste deine Art des Salutierens zu einer Gehirnerschütterung führen! Schnickstack! Stehe! Sehe da oben etwas! Das ist es, wovon ich sprach! Das Neue! Blicken Sie hinauf zum ganzen Stolz unserer vulkanischen Nation! Gehen Sie den Jungfernflug der Meteor! Ach, sehen Sie nicht gehen! Dann schauen wir uns das doch noch an! Wo denn? Ich sehe nur eine Wolkendecke! Geduld, Geduld! Gleich müsste... Ha! Jetzt kann man etwas sehen! Eigentlich müssten wir uns das angucken, wenn wir die andere Tour hinter uns haben, aber das sehen wir uns dann halt schon mal jetzt an! Ungeheuerlich! Und das Ding steht tatsächlich auf unserer Seite? Ich sagte Ihnen doch bereits, dass wir während Ihrer Abwesenheit nicht müßig waren! Ein überwältigender Anblick! Hui, ein Schatten! Ja... Wie war der Bau nur möglich? Ich glaube aber, diese Fragen stellen wir vielleicht nach der nächsten Tour, oder? Oder wir stellen die Fragen jetzt, speichern und dann entscheidet ihr sowieso nach der nächsten Tour, ob wir mit der Ostroute oder mit der Westroute weiterspielen, also mit dem Erfolg davon, welche euch besser gefallen hat oder wo wir die meisten Erfahrungspunkte gesammelt haben. Also stellen wir die Fragen jetzt tatsächlich noch. Wie war der Bau nur möglich? Unsere Fabrikanlagen unter dem Vulkan sind jetzt riesenhafte gewachsen. Nun stehen uns Hallen zur Verfügung, in denen wir endlich den Fertigungswettstreit mit dem Feind aufnehmen können. Zudem ist uns endestens rastloses Genie eine unschätzbare Hilfe gewesen. Aber vor allem, Herr Professor, waren es Ihre Aufzeichnungen über die masianische Kriegstechnik, die uns erst zu einem solch einem Gerät inspirierten. Haben Sie nochmals vielen Dank! Hoho, die Speichelei lasse ich mir gern gefallen. Wer ist der Luftschiffer? Er ist ein etwas eigenwilliger Bursche, aber Sie werden ihn bald kennenlernen. Der Meteor wird in Kürze ihren Verankerungsplatz anfahren. Wir haben Großes mit diesem lenkbaren Luftschiff vor. Oh ja, Großes! Das war hochinteressant! Aber nun haben wir Sie lange genug aufgehalten. Nach all Ihren Mühen haben Sie sich ein wenig Ruhe verdient. Herr Präsident, ich bin bereit, wenn Sie es sind. Prächtig! Dann suche er sich eine Eisschonne und versuche mir zu folgen. Und wir werden Kotlitzers Rat befolgen und ein wenig Ruhe suchen. Ich freue mich regelrecht auf eine Ereignislose nach dem eigenen Bette. Oh, Ereignislose Nächte gibt es hier, glaube ich, nicht. Wir speichern jetzt aber einmal und zwar auf Speicherpunkt 3 und 4. Und dann machen wir es jetzt so, in der nächsten Folge starten wir dann hier mit Folge 1 oder 2. Je nachdem, auf jeden Fall wählen wir dann diesmal die Westroute. Und wenn wir die abgeschlossen haben, dürft ihr entscheiden, welche Route ihr cooler fandet. Und mit dem Speicherstand fahren wir dann fort. Also entweder 3 und 4 oder halt das, womit wir mit der Westroute enden. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle und sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann in den Westen fahren. Bis dann!